Hallo und willkommen zurück. So, der Kollege hat sich noch einmal gemeldet. Es ist mir eingefallen, dass ich noch ein Spiel spielen könnte. Wollen wir durchrühren? Ich weiß es nicht. Oh, ist das so ernst? Wie würde ich das hassen? Spiel, dein Spiel, du musst es weiter gehen. Dein Spiel, jeder wird dir beistehen. Spiel, dein Spiel. Ich bin alle neben gerade schon. Ich bin alle neben gerade schon. Ich bin alle neben. Entschuldigung, ich suche nochmal ein Tier. Ventil. Nein. Ja. Ich hau ab. Oh, kein Schlaf. Oh, nee, da unten. Hey, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Hallo. Ah. Verstecken. Ganz sicher nicht verstecken. Junge. Baden. Booze. Okay. Mal mit. Äh, ich gehe davon aus, dass das eine Ventil immer noch nicht gedrückt ist, was wir vorhin gedrückt haben. Das heißt, wir müssen da nochmal hinfahren. Zweitens, wir wissen immer noch nicht, wo das zweite Ventil ist. Das heißt, das müssen wir auch nochmal finden. Wäre das nicht genug, dann... ...gebe es auch noch. Und letztens... ...dieses Monster stöhnt. Ich bin wegen Dackel. Ja, da wo ist denn... ...dicke... 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 Ich hab vertrauter dramatischen Musik bis gefolgt. So vertrauend. Entschuldigung. Ja, ja, das ist der Standard-VV. Was ist das? Ja, waschen wir. Das ist ganz gesund. In gewisser Weise. Was ist das? Was ist das? Maria, 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 Maria. Maria. Abes treu, Draken-Song. Serra? 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 Wie auch mal Dragon Age? Nein, das hier ist ausreichend. Ein Indie-Game. Was ist das? Gruselig. Leute, ich hab euch gar nicht. Bleibes verraten. Seit dem letzten Part scheint sogar das Licht hier rein, bei mir so ein bisschen. Es ist immer noch gruselig. Geht doch auch so ein Keks, das ist doch nicht mehr zu. Letzter. Speicher. Tja. 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 Tja, wie es ist. Tja. Was will er denn? Nein, das darfst du nicht! Scheaten! Wir haben einen Kontrollpunkt. Wenn ich jetzt das Video grüße. Und ja, lasst mich doch fies sein, Leute. Ich wollte erst, dass es so hell war. Darf ich vorstellen? Ja! Die Küche. Einen Augenblick. Ich muss kurz schütteln. Aber, danke. Und das war Wahnsinn. Das ist ein specify... Im Bereich. Und jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, da kann man ja. Sandwich, Sandwich, Sandwich. Ich will Batterien haben. Oder Dokumente. Dokumente sind interessant. Batterien sind... ...das Leben. Äh... Äh... Gott sei Dank. Der Typ, der für alles verantwortlich ist. Hä? 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 Wegen? Oder so? Hä? Ich hab genug von der Waffe. Mehr Gewitter bitte. Ich hab mein PC beklagt, ich hab das ganze Zeit damit die Taste drücke. O-o-o-o-o-o. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Wir haben die Karte. Oh Gott. Man kann ja auch nix ziehen, ne? Natürlich hätte ich heute gehört. Vielleicht können wir das sehen. Die Batterie ist da ja alle. Wir laufen an den Rändern der Geschichte. Will man wieder sehen? Öl... Ehh, das ist so ein Scherz mit Geistern im Kopf, ne? Das hab ich mir so gedacht. Quatsch, steh mir bei. Ich glaub ich hab den... Was soll das sein? Wie geil sind wir? Das ist ein Scherz. Was soll das sein? Warum sehen wir da was so? Was soll das sein? Oh, ich weiß nicht, wo man hinterher geht. Das ist meine letzte Ballerie, Leute. Meine letzte. Toll. Ach so, das ist auch noch okay. Der will hier runter. Ich hab's geguckt. Was soll das sein? Ja? Ach so, vielleicht geht's los. Ach so. Ich bin den Gäste. Ich bin den Gäste. Ah... Wohin sollte die Gäste. Was? Wie soll ich rausgehen? Nein, ich habe nicht das zweite Gesicht. Oder wie man das nennt. Das zweite Gesicht. Wie ist das das zweite Gesicht? Wie man Geister sieht, ich weiß es nicht. Ah ja, ich habe keine Hoffnung. Oh. Ich weiß es nicht, als wäre der dicke Typ wieder da. Ich weiß es nicht, als wäre der dicke Typ wieder da. Was ist denn der Ernst? Darf ich hören? Ich weiß nicht, woher ich nicht hören kann. Ich bin der Clown, oder ich bin zufrieden. Gut, wir sind jetzt über den Zahn. Ich verhaube sie jetzt mal, das Ding ist weg. Na wieder. Und äh... Weiter Martini. Oder Pater Martini. Egal wer, wer, wer heißen sich nennt. Ah, Maria! Hier ist eine schlechte Horror für mich mit Kotzen. Nicht nach hinten schauen, das habe ich gedacht. Aber renn, nie nach hinten schauen. Nix nach hinten schauen. Äh, man will teilen. Das is. Ne nach hinten ja auch. Deidings gehen, gut. Man will mich bewilden. Wieso nicht auf dem Waller werden? Wir sind euch jetzt nicht kaputt, ne? Frauen-Station. Also, ich erzähle euch meine Geschichte. Wenn Männer gestört sind, ist das eine Sache. Aber wie ihr sehen könnt, wenn Frauen gestört sind, dann ist das wesentlich... ...so viel Blut im Wasser. Ich kann es riechen, als hätte ich wie ein Kinderkartner... Hä? So viel Blut? Als hätte ich wie ein Kinderkartner... ...so schmeckt Blut doch eher. Ich weiß nicht, Metallisch. Blut schmeckt nicht Metallisch, wenn ihr mich fragt. Das Wissmann ergibt nicht mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Das ist wie... Das war die nächste Speicherung, das ist dann gerade auch wieder selbe. Und zwar jetzt. Das war Let's Play Outlet. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Euer Johnson. Bis dann. Unterschreibt mich wieder einmal. Bis dann.